Lehm, Wandheizung, das Ganze im Trockenbau. Ihr habt Interesse in euer Haus eine Wandheizung einzubauen, möchtet aber alles möglichst im Trockenbau ausführen und genau um das geht es in diesem Video. Möchtet ihr mit möglichst wenig Zeitaufwand arbeiten, habt ihr eine OSB Wand, die ihr direkt beplanken möchtet, da möchtet ihr direkt eure Wandheizung drauf machen oder seid ihr zum Beispiel in eurem Dachausbau schräge über Kopf arbeiten, über Kopf verputzen, dann greift doch zu diesem Klimaelement, denn das vereinigt schon die Lehmbauplatte mit der Wandheizung und wie das genau geht, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Hallo mein Name ist Bernd vom Naturbaustoffhaus und wie man im Trockenbausystem arbeitet mit einer Wandheizung und mit dem Lehmputz, das zeige ich euch jetzt. Hier habe ich euch diese Platte mitgebracht, eine Lehmplatte wo die Rohre schon fertig mit drin sind und jetzt gehen wir hier auf die Bilder. Als allererstes zeige ich euch mal wie wie man es nass verputzt, also man würde hier zum Beispiel eine Schilfmatte hinschrauben, man schraubt die, man biegt die Rohre oder man nimmt die Klimaelemente und schraubt die an die Wand und verputzt das nachher mit Lehm hier. Wie ihr seht, Nassverfahren. So und so sieht es dann aus. Jetzt kommen wir, das was ich euch heute vorstellen möchte, die Alternative ist diese Lehmbauplatte, nämlich in dieser Lehmbauplatte, in diesem Klimaelement befinden sich schon die Rohre drin, die ihr für eure Heizung braucht. Da befinden sich sogar schon die Teller drin, wo ihr schrauben könnt. Ihr seht es hier oder hier und ja, wie geht das? Zeige ich euch hier, das ist so eine Art Wohlfühlecke, eine Wohlfühlnische in einem Haus und die haben wir eben mit solchen Klimaelementen ausgeführt, das heißt im Trockenbausystem. Ja, hier seht ihr es nochmal an einer Wand dran, Dämmung und diese Klimaelemente, also Fertigbau-Trockenelemente. Es geht weiter. Hier was ganz Tolles, ihr könnt natürlich diese Klimaelemente auch oben an die Decke schrauben, eine sogenannte Deckenheizung und hier seht ihr schon die Verbinder, also diese wo die Rohre rauskommen, also Vor- und Rücklauf und ganz einfach Vor- und Rücklauf wird dann miteinander verbunden. Hier nochmal die Wandheizung, die Deckenheizung, sorry, Deckenheizung mit Klimaelementen. Ja, und wie sieht das dann an der Wand aus? Wie ordnen wir das an? Wie machen wir das zum Beispiel im schrägen Bereich hier oben? Da nehmen wir jetzt keine Elemente, wo ein Rohr drin ist, sondern sogenannte Ausgleichselemente, die die gleiche Stärke haben wie die Klimaelemente und da machen wir hier die ganzen Ecken und die Schräge. Auch hier seht ihr die ganzen Aussparungen um die Pfette herum. Wir ordnen also die Platten nebeneinander an. Hier sieht man dann noch, wie man die Platten zuschneidet. Man ritzt die obere Seite von dem Gewebegitter ein, bricht sie und fährt unten nochmal mit dem Cuttermesser durch, so dass es, das geht recht einfach und schnell. So kann man dann die einzelnen Elemente zuschneiden. Jetzt kommen wir schon zu dem Verbinden. Also ihr habt hier ja vorher gesehen, da gucken immer zwei Rohrstücke raus. Ihr verbindet die mit einem Anschlussstück und presst die ab und schon fertig. Der Rest von der Wand könnt ihr wieder so genannte Ausgleichsplatten mit Ausgleichsplatten zumachen. Und wie sieht die ganze Wand dann fertig aus? Also hier seht ihr Ausgleichsplatten, hier seht ihr die Klimaelemente, die auch hier unten schön verbunden sind und hier seht ihr die Lage Gewebegitter und der Feinputz. Also was müsst ihr machen, wenn ihr die Klimaelemente an die Wand geschraubt habt und verbunden habt? Nur noch eine Lage Feinputz drauf und schon seid ihr fertig. Und hier sieht man nochmal, wie man den Feinputz aufträgt mit dem Gewebegitter. Ja und so sieht dann also fertig unsere Wohlfühlecke aus und so unsere Deckenheizung. Ja wunderbar, ich hoffe ich habe euch ein bisschen hier eine Anleitung, Anregung gegeben, wie man das Ganze im Trockenbau-System machen kann. Ich hoffe euch hat das Video gefallen, es hat euch etwas gebracht, es hat euch eine Anregung gegeben und falls ihr Interesse habt an mehreren solchen Themen, dann wisst ihr was ihr zu tun habt. Hier unten abonniert unseren Kanal, wir freuen uns riesig darüber, wenn ihr uns zuschaut und ja bis zum nächsten Mal, bleibt euch treu, bis bald, ciao ciao, euer Bernd.